Ich grüße euch. Ich möchte euch heute einen Rhythmus zeigen, der euch hilft, Anxiety zu vermindern. Und zwar ist es ein Roll-On-Rhythmus. Die Hände spielen die ganze Zeit abwechselnd. Es gibt Bässe, es gibt Höhen und es gibt Tabs, die stumm gespielten Schläge. Ich mache den Rhythmus mal noch mal langsamer vor. 1, 2, 3, 4. Alright. Also, die Grundbewegung ist die. Das solltest du draufhaben. Das ist auch nicht so schwer. Hände abwechselnd, drei Betonte mit der Haupthand. Okay. So. Im Durchgang ist es so. Wir haben... Beim ersten Mal sind es drei Betonte. Beim zweiten Mal sind es zwei Betonte mit der Haupthand. Gefolgt von vier betonten Schlägen, Hauptthand und Nebenhand. Ich mache nur den zweiten Teil. Alright. Das ist Teil zwei. Jetzt beide zusammen in dem gleichen Tempo. One, two, three, four. Das ist der ganze Rhythmus. Ich empfehle dir, den in dem ruhig gehenden Tempo einzusudieren, zu erlernen. Und dann, wenn du ihn kannst, ja. Und du spielst jetzt für dich meinetwegen, um deine persönliche Ängstlichkeit, deine Anxiety zu vermindern, dann spielst du den Rhythmus in deinem Tempo und fängst dort an. Und du hältst die Energie, du hältst die Energie, du hältst die Energie. Und dann fährst du es langsam runter, das Tempo. So wie es für dich passt. Alright. Okay. Und du kannst den Rhythmus auch gerne für andere spielen natürlich, ja. Wenn jemand von deinen Freunden oder Familie oder so Ängstlichkeit hat, starke Anxiety, ja, dann träumt diesen Rhythmus und behaltet die Energie. Okay. So, und nun wünsche ich euch und dir einen wunderschönen Tag. Hier ist Ingo Gutmann. Und zum Schluss spiel ich den Rhythmus nochmal straight. Schönen Tempo. Boom, dum, 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 dum. 1, 2, 3, 4. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020